Der Anfang hat das ja so, weißt du, da bin ich als so ein Kleiner mit meinem Vater mitgefahren. Was ja bald so knapp ist, interessiert dich das, so Maschinen. Und mit denen bin ich oft eigentlich aufgewachsen. Also, wie wenn du durch ein Auto einsteigst, so steig halt ich ins Pistengerät rein, weißt du, und du machst so ein Teilarbeit. Desto mehr man durchschnittlich auf der Pisten liegt, unpräpariert, desto schnell ist ein Haufen, desto mehr dann müssen sie sich bleiben. Und darum präparieren wir da eigentlich in der Früh auf die Pisten noch, damit der Naturschnee verdicht ist und die Pisten länger hält. Das feste dann also auf das ist, weil du in der Früh über die Pisten drüber schaust, dann Sonnenaufgang, dann siehst du, wie du musst, gleich durch die Nacht. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.